Vielleicht machst du dir ja gerade Gedanken, was noch alles kommen mag und wo das alles noch hinführen soll. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du die aktuell sehr herausfordernde Situation der Corona-Pandemie noch besser bewältigen kannst. Vor allem kognitiv, also da oben. Fakt ist, wir können an dem Gesamtgeschehen aktuell wenig ändern und müssen uns auf den Rat der Spezialisten und Wissenschaftler verlassen. Die wiederum können aber auch nur Prognosen abgeben und das sagen wir auch, dass wir nicht sicher sein können, was wirklich geschieht und geschehen wird. Das ist, wie es ist. Wichtig ist also erst einmal, die Situation so zu akzeptieren, wie sie nun mal ist. Und auch unsere Gefühle sollten wir so akzeptieren, wie sie nun mal sind. Das können Ängste sein, Furcht oder auch Abgestumpftheit. Es kann auch die Situation eintreten, dass du eigentlich nicht mehr kannst, du aber den Eindruck hast, trotzdem immer noch zur Verfügung stehen zu müssen und immer weitermachen zu müssen. Gerade rasch wechselnde Emotionen sind in herausfordernden Zeiten normal. Das kann die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen sein. Also Wut, Ärger, Hilflosigkeit, Sinnlosigkeit und Leere, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das ist aber alles in so einer Situation okay und normales menschliches Verhalten. Was kann man aber jetzt tun, bzw. was sollte man nicht tun? Ich empfehle in solchen unruhigen Zeiten, keine wesentlichen und unumkehrbaren Entscheidungen zu treffen. Das hat auch Raum und Zeit, wenn dann alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Um mit dieser Unsicherheit und den wechselnden Emotionen zurecht zu kommen, solltest du in erster Linie vor allem Sicherheit herstellen. Wie gesagt, sind Ängste und Sorgen eine natürliche Reaktion. So sind wir Menschen, das gehört zu uns. Da kann es helfen, wenn du dich regelmäßig, aber nicht dauernd, also alle paar Minuten, mit Informationen aus verlässlichen Quellen versorgst, wie zum Beispiel hochwertigen Tageszeitungen, guten Webangeboten von Einrichtungen wie dem Robert-Koch-Institut oder auch, finde ich extrem valide, aus dienstlichen Quellen. Du bist in deinem Beruf tagtäglich ja gewohnt, handlungsfähig bleiben zu wollen und die Kontrolle über eine Situation zu haben. Das kann aber jetzt für uns alle ein bisschen schwierig sein. Deswegen solltest du dir jetzt erreichbare, realistische Ziele setzen, damit du das Gefühl der Kontrolle auch wirklich spürst. Du nimmst das Ruder in die Hand und bestimmst selbst den Kurs. Jetzt kann es natürlich passieren, dass du zum Beispiel selbst in Quarantäne musst. Dann gilt, handlungsfähig zu bleiben, auch für den privaten Alltag. Du bist der oder die, der gestaltet und die Strukturen schafft. Ziele können zum Beispiel auch das tägliche Kochen sein, aufräumen und Arbeiten erledigen oder Dinge, für die normalerweise keine Zeit wäre. Beispielsweise die Steuererklärung vorbereiten. Das kann aber auch das Führen eines Tagebuchs sein. So kannst du die erzwungenen Phasen des Nichtstuns auch als Chance für mehr Ruhe und Gelassenheit sehen und mal ein bisschen in dich reinhorchen. Oder du machst einfach mal gar nichts und lässt es zu, die Gelegenheit zu haben, wirklich einfach mal nichts tun zu müssen. Vielleicht genießt du dann ja auch das Lesen von guten Büchern, Musik hören oder eine Serie schauen, aber dann bitte nicht drei Staffeln Volley irgendwie am Stück streamen, sondern wirklich schauen, dass natürlich dann auch die Entlastung nicht einfach nur eine Betäubung ist, durch ewiges Fernsehen gucken, sondern wirklich schauen, etwas machen, was man genießt und dann aber auch einmal Pause machen und natürlich auch ausreichend schlafen. Denn du brauchst ja Kraft für spätere Anstrengungen. Ich habe es ja schon oft gesagt, aber es ist wirklich wichtig, über die aktuelle Situation zu reden, egal mit wem, Freunde, Angehörige, Kollegen oder auch Kameraden. Oder Psychologen, Pfarrer und Sozialarbeiter stehen uns da zur Verfügung. Sorgen mitzuteilen, aber auch positive Gespräche und Planung für die Zukunft können jetzt in dieser unüberschaubaren Situation Sicherheit und Entlastung geben. Und das geht auch super per Videocall-In-Gruppen bei WhatsApp, FaceTime, Skype, whatever. Also such dir was aus. Auch in der Familie kannst du das Ruder in die Hand nehmen. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du der große Bestimmer bist, der immer sagt, wo es längst geht, sondern dass du eine aktive Rolle einnimmst. Es geht auch vielmehr um Gespräche in der Partnerschaft. Die sind wichtig, gerade wenn du die Situation als belastend erlebst. So können zum Beispiel auch Konflikte eher erkannt und gemeinsam konstruktiv nach Lösungen gesucht werden. Du und deine Familie sollten jetzt aufeinander Acht geben, füreinander da sein, um zu erkennen, wann es zu viel oder zu belastend wird. Wir bei der Bundeswehr sind jetzt alle stark eingebunden, bringen Opfer, wollen helfen. Wir wollen diese Herausforderung gemeinsam als Team Bundeswehr meistern, das Beste aus der Situation machen. Wir bringen jetzt das Wertvollste ein, was wir haben, nämlich uns als Menschen mit unserer wertschätzenden Anteilnahme und unserem fachlichen Können. In dieser Situation kommt es auf ein großes Team an. Gerade jetzt ist das Aussprechen von Dank und Anerkennung wichtig. Es gibt für Menschen nichts Wohltuenderes, als von anderen Anerkennung, Lob und Dank zu erfahren. Trotz der Anstrengung macht es jetzt Sinn, aktiv zu bleiben. Klar, wir sind im Krankenhaus recht eingeschränkt und auch zu Hause kann es eine Herausforderung sein, aktiv zu bleiben. Aber wir haben jetzt auch Raum und Zeit, bewusst positive Aktivitäten zu machen, wie im Garten kreativ sein, die Wohnung zu verschönern, gutes Essen zu kochen oder auch Sport zu treiben. In unserer freien Zeit sollten wir so auch mal an andere Dinge denken. Also nicht immer nur an Risiken und Viren und Gefahr. Körperliche Betätigung kann sehr gut helfen, Stress und Belastung abzubauen. Also man strampelt sich das so richtig ab. Also ruhig mal ein paar Kilometer auf dem Ergometer zurücklegen oder ein paar Bodenübungen machen. Also das, was sich anbietet. Wichtig ist, dass wir es da aber auch alle nicht übertreiben, denn das schadet den körpereigenen Abwehrkräften mehr, als es ihnen gut tut. Also keine gute Idee. Alles in Maßen. Wir werden die Herausforderung gemeinsam bewältigen. Das sagen wir uns häufig viel zu selten. Aber gerade das kannst du dir selber auch gerne mal laut sagen. Auch das gibt dir Sicherheit und fühlt sich wirklich gut an. Manchmal hilft auch der Blick zurück auf ähnliche herausfordernde Situationen, die du persönlich erlebt und bewältigt hast. Auch gut ist es, den Alltag mit Routine aufrecht zu erhalten. Trotz der ganzen neuen Belastungen und der veränderten Dienste, der Mensch funktioniert dann gut, wenn er seine Gewohnheiten beibehalten kann oder auch neue Gewohnheiten findet. Aber, bin ich ganz ehrlich, es geht mir manchmal auch so, es kommen auch schon mal Zweifel und Ängste auf. Gerade dann, wenn man überarbeitet und übermüdet ist, dann kommen so Fragen wie, schaffe ich das? Bleibe ich gesund? Bleibt meine Familie gesund? Das ist alles völlig normal. Und das ist alles so etwas, was man im Kopf hat, dass man dann denkt, ach, dies funktioniert nicht und das nicht. Also das ganz normal. Aber gerade da den Blick nach vorne richten, Fokus auf deine eigenen Stärken, Rückerinnerung an die Situation, die du gemeistert hast und wichtig, ganz wichtig bleibt, du bist nicht allein. Wir bewältigen das, was vor uns steht, gemeinsam als Team. Wir bewältigen das, was vor uns steht,